Von Christina Schröder Stern die Geburt eines Kindes ist eine große Sache. Es gibt wohl keinen Moment im Leben einer Frau, in dem sie so grundlegend erlebt, Teil der Urgewalt der Natur zu sein. Ich bin gerne Mutter. Und doch nennt die Tagesschau Mütter nicht mehr gerne Mütter. Man spricht lieber von Liefern. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der von all unseren Gebühren bezahlt wird, beugt sich den Sprachdogmen einer winzigen Gruppe radikaler Transaktivisten. Sie.